Okay, es ist 18 Uhr, es sind deutlich mehr Leute, als ich erwartet habe. Herzlich willkommen. Der Vortrag heißt Livestreaming. Quadratisch praktisch gut ist der Untertitel. Meine Freundin hat gesagt, das, was du da gemacht hast, ist doof. Nimm irgendeinen Dreisatz irgendwie. Und ich so, ja, so wie bei Rittersport oder was, genau. Das hätte jetzt geändert werden müssen im Laufe der letzten Woche. Das wurde es nicht. Also, da stand eigentlich Livestreaming aus Leidenschaft. Ich weiß nicht, was ihr grauenhafter findet. Okay, mal über mich. Ich bin der Sebastian Greiner, Sepp genannt. Ich habe einen Master in Informatik. Ich war zehn Jahre IT-Consultant und bin seit zwei Jahren mit meinem eigenen kleinen Livestreaming-Service selbstständig. Ich bin über Twitter, E-Mail und so erreichbar. Und prinzipiell wollte ich euch ein bisschen was erzählen über meinen Werdegang, was ich mit Livestreaming gemacht habe. Ich wollte aber auch nicht irgendwie groß technisch hier auspacken, weil im Endeffekt wäre das ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Ich sehe gerade, ich bin nämlich hier die Testperson für den Livestream heute, dass das schon mal morgen auch funktioniert, wenn hier mehr Vorträge sind. Und der CCC macht ja selber gerne Livestreams, also fange ich einfach mal an und lege los. 27.11.2011, Startschuss meines Livestreaming-Engagements. Was ist passiert? Ich war Mitglied in einer Partei, Farbe Orange, kennt vielleicht der eine oder andere noch. Die sind jetzt irgendwo unter ferner Liefen. Und ich war aber damals sehr begeistert, weil Netzpolitik und so gedöhnt und überhaupt Privatsphäre und alles. Und Partizipation war auch ein Stichwort bei dieser Partei. Und dann gab es eben einen Streaming-Service, wo man innerhalb der Partei Streams machen konnte. Und dann wurde mir gesagt, ihr habt doch nächste Woche Operbürgermeisteraufstellung, macht doch da einen Livestream. Kein Plan, wie das geht. Habe ich mir einen USB-Stick besorgt bei Amazon für 14 Euro. Hatte irgendwo noch einen Camcorder gefunden, den hatte ich mal für den Urlaub gekauft. Da waren auch noch Tapes vom Urlaub drauf. Ich glaube, ihr kennt das. Man filmt im Urlaub und hat dann irgendwie Material, was man dann schneiden möchte in den nächsten zehn Jahren. Und auf jeden Fall hatte ich dann diesen Camcorder, diesen USB-Stick, habe das alles irgendwie zusammengeklöppelt, habe mir noch eine Soundanlage ausgeliehen von jemandem und habe einen Livestream veranstaltet. Wir waren 45 Leute vor Ort in der Veranstaltung. Haben unseren Oberbürgermeisterkandidaten gekürt und 45 Leute haben uns im Internet zugeguckt. Das klingt jetzt irgendwie traurig, aber ich fand es total geil. Ich fand es super cool, dass irgendwie so einfach Leute Interesse daran hatten, was wir da für einen Unsinn gemacht haben. Sich eingeklinkt haben, Rückmeldung gaben. Und deswegen habe ich einfach gesagt, das möchte ich weitermachen. Und dann habe ich direkt, ich war damals, wie gesagt, IT-Consultant, freiberuflich. Ich hatte dann ein bisschen Kapital und habe dann einfach gesagt, ich kaufe mir jetzt Kameras. Irgendwie mal so geguckt, was passt denn da. Man sieht, dass ich dann auch gleich, so vom Basteln her natürlich, waren erst irgendwelche HDMI-Input-Karten. Und dann habe ich direkt auf dieses SDI gewechselt, auf den Kameraanschluss direkt mal weiter gewechselt. Mehrere Kameras, alles Mögliche ausprobiert. Hätte einen Riesenspaß gehabt. Softwaretechnisch habe ich mir dann Wirecast ausgesucht, weil das war so für den Mac damals die Software der Wahl. Also die käufliche Software, da gab es auch schon OBS. Aber so für professionelles Livestreaming war das eigentlich eine ordentliche Sache. Ja, dann habe ich mich weiterhin politisch engagiert. Habe dann irgendwann angefangen, Landes-, Bundesparteitage und sonstiges Gedöns zu streamen. Habe gebastelt ein bisschen, so in dem Gadget-Labor hier. Habe dann Apple-Script mir aufgefrischt und meine MIDI-Fernbedienung selbst programmiert. Die konnte auch ordentlich blinken und sowas alles. Habe hier ein unglaubliches Produkt aus Holz und Servo produziert. Es kam zweimal zum Einsatz. Es ist nicht kaputt, aber die Verdrahtung ist sowas von bekloppt. Es ist irgendwie ein Arduino hinten dran und dann ziehe ich Stecker und das ist einfach viel zu viel Aufbau. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich war länger in dieser Partei. Es wurde etwas unerträglicher das Klima in dem Ganzen und ich habe irgendwie gedacht, dass ich will davon weg. Aber Livestreaming macht mir unglaublichen Spaß eigentlich. Und es macht mir unglaublichen Spaß, Veranstaltungen zu Leuten zu bringen, die da jetzt gerade nicht sein können. Sei es, dass sie krank sind. Sei es, dass sie vielleicht behindert sind und nicht rauskommen zu bestimmten Dingen. Und trotzdem irgendwo was sehen wollen oder dass es einfach zu weit weg ist. Also das hat mir einfach Spaß gemacht. Und deswegen habe ich dann ein neues Engagement gefunden. Der Webmontag in Frankfurt, denen ist der Videomann weggelaufen. Daraufhin hatte jemand gesagt, hier frag doch mal den Sepp. Und dann haben wir uns auf eine Tasse Kaffee getroffen. Und dann hieß es, ja wir brauchen eigentlich nur Aufzeichnungen und sowas von unseren Veranstaltungen und so ein bisschen so geschnitten. Und kannst du sowas machen? Und ich so, ja klar, aber nur mit Livestream. Okay, das mache ich jetzt seit viereinhalb Jahren ungefähr, den Livestream vom Webmontag in Frankfurt. Das war zeitweilig zwölfmal im Jahr, jetzt ist es nur noch sechsmal im Jahr. Das hat riesen Spaß gemacht. Das hat Leute angezogen, die dann auch so dachten, hey, den fragen wir einfach mal. Dann habe ich die Google Developer Group, die TechHats. Das ist eine Frauengruppe in Frankfurt, die sich für Frauen in Technik interessiert. Ein bisschen Frauenförderung betreibt einfach, also von Frauen für Frauen. Da habe ich eben auch gestreamt. Da ist der Sinn vom Livestream zum Beispiel, wenn du als Mann dorthin möchtest, brauchst du eine Frau in Begleitung. Wenn du jetzt keine Frau hast, kannst du aber den Stream gucken. Und habe noch diverse auch Piraten, ach jetzt habe ich es doch gesagt, scheiße, Veranstaltungen gestreamt. Hatte aber mit diesen ganzen TechStreams eigentlich einen riesen Spaß. Das Witzige ist, über den Webmontag, ich war, wie gesagt, dieses IT-Consultants-Gedöns, habe ich dann keinen Job gefunden, weil man selbstständig ist. Wenn man drei Monate keinen Job hat, ist alles okay. Im vierten Monat macht man sich dann schon Sorgen ums Geld und dass das Finanzamt nächstes Jahr auch gerne die Steuer haben möchte und sowas. Im fünften Monat war ich dann sehr froh, dass über den Webmontag ich jemanden gefunden habe, der mir einen Job vermittelt hat und ich in eine Festanstellung gekommen bin. Das fand ich total cool. Unbefristeter Arbeitsvertrag und so am Arsch. Ein Jahr und zehn Monate, nachdem ich dort bei der Firma angefangen habe, haben die mir gesagt, wir werden dir kündigen, wir sagen dir noch nicht, wann. Herzlichen Glückwunsch, willkommen zu meinem Neustart in die Selbstständigkeit. Der Punkt ist, ich stand jetzt also da, Kündigung, was mache ich? Ich könnte jetzt wieder IT-Consultant werden, habe ich irgendwelche wahnsinnigen Kenntnisse, wo ich super tief drin bin, ich kann kein Oracle, kein SAP. Ja, nee, dann frage ich doch mal beim Arbeitsamt nach, ob die eventuell irgendwie da eine Förderungsmöglichkeit haben. Ja, haben sie, es gibt einen Gründerzuschuss, sowas in der Art vom Arbeitsamt. Das sieht folgendermaßen aus, du meldest dich arbeitslos. Also erstmal musst du gekündigt werden, selber kündigen ist doof. Dann sperren sie dir trotzdem das Arbeitslosengeld. Das machen sie immer irgendwie, weil man hat auf jeden Fall irgendwas fristmäßig falsch gemacht. Irgendwo kam man um die falsche Uhrzeit an. Deswegen erstmal musst du dich rumschlagen, dass du dein Geld bekommst. Dann bist du also beim Arbeitsamt und dann sagen die dir, fördern, okay. Dann machst du einen Businessplan und dann kriegst du sechs Monate Geld, sechs Monate Arbeitslosengeld und kannst dabei arbeiten. Du gehst schon als selbstständig. Nach den sechs Monaten musst du halt gucken, wie es läuft. Es ist jetzt für eine Firmengründung eigentlich nicht so der Knaller. Aber durch den ganzen Kram, diesen ganzen Tech-Talks und mit dem Web-Montag und allem, was ich da gemacht habe, habe ich tatsächlich einige Leute gefunden. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei Flink. Das ist eine Carsharing-App und die fanden das irgendwie total super, Flink-Werbung einzublenden in Livestreams. Die haben nach fünf Livestreams festgestellt, dass ihnen das überhaupt nichts bringt und dass die Einschaltzahlen viel zu gering sind und deswegen haben sie das wieder sein lassen. Aber in dem Moment war dieser eine Auftrag, der da kam, der hat mich übers Jahr gerettet. Und das war einfach für mich eine ganz tolle Sache. Und das Networking hat dann eigentlich soweit ganz funktioniert. Und ich stehe jetzt immer noch hier nach über zwei Jahren und ich lebe noch, ich habe noch eine Wohnung und das ist alles okay. Das ist also eigentlich ganz schön. Ich freue mich. Ich habe ein paar Learnings gemacht in diesen zwei Jahren. Ich habe ein paar Dinge gelernt in den letzten zwei Jahren. Unter anderem, ganz wichtig, ich war jetzt professionell. Also ich konnte jetzt nicht mehr mit dem Notebook aufkreuzen, einfach so. Da habe ich mir also diesen Mülleimer gekauft. Dann habe ich so eine Kiste gekauft. Die Kiste war geil, weil da passt alles rein. Mischpult und so Audio-USB-Audiogerät und sowas alles. Und sehr professionell verkabelt. Dann habe ich so eine geile Kamera geholt, weil die ist nämlich groß. Die ist also größer als meine bisherigen Camcorder. Wenn Kunden Geld bezahlen, wollen die natürlich auch sehen, dass sie dann irgendwas dafür bekommen. Also sollte die Hauptkamera irgendwie was Tolles sein. Ja, habe ich gedacht. Pro ist nicht immer gleich gut. Also die Kiste sieht total geil aus, aber so ein Flightcase wiegt ohne Inhalt 14 Kilo. Ich muss dazu sagen, wir hatten früher eine Wohnung, die war ein bisschen teurer mit Aufzug. Da war das alles okay. Da hast du so ein Wegelchen gehabt, bist runtergefahren zum Auto, dann hast du es eingeladen. Okay, wir haben jetzt so eine Wendeltreppe in den ersten Stock. Und ja, die Kiste habe ich dann schnell ausgetauscht. Die Kamera habe ich auch ausgetauscht, nachdem ich festgestellt habe, dass die Kamera zwar größer ist als meine alten Camcorder, aber beschissener, weil sie einfach weniger lichtstark ist und irgendwie dann doch nicht so richtig war. Und die Kiste musste ich auch deswegen austauschen. Der ist auch nicht pro gewesen. Das war mein Auto damals. Ich vermisse ihn immer noch, den kleinen Carina. Und was hatte ich da noch? Achso, den Mülleimer hatte ich hier noch. Genau, Moment. Den Mülleimer. Den habe ich auch entsorgt, aber erst später. Also wie gesagt, Plastik tut es auch. Da kann man auch wunderbar 19 Zoll Geräte einbauen und kann das Ganze mit Klett oder irgendwas innen drin verkleben, was da an Technik irgendwie dabei ist. Und das funktioniert. Und es wiegt wesentlich weniger. Ich habe mir dann eine richtige Kamera gekauft irgendwann. Die macht was her beim Kunden, aber die macht nicht nur was her, die macht auch Bild. Und ich habe halt tatsächlich die Entscheidung getroffen, irgendwann, ja, ich habe dieses Apple-Zeug, benutze ich seit ewigen Zeiten. Aber wenn man mehrere, man hat da vorhin am Anfang gesehen, diese externe Thunderbolt-Box, wo halt die PCI-Express-Karten drin sind. Da kannst du halt drei Karten reinmachen. Dann ziehst du mal den Thunderbolt-Stecker, dann stürzt dir der Mac ab. Das war alles nicht so super und irgendwie so von Erweiterbarkeit war das jetzt nicht so der Burner. Und nachdem die Hardware dann halt eben nach vier Jahren auch nicht mehr aktualisiert wurde bei Apple und ich mir so gedacht habe, also die aktualisieren wahrscheinlich die nächsten vier Jahre auch nicht mehr, die haben jetzt einfach gesagt, das ist professionell, ist so und gut, Feierabend, habe ich dann halt eben noch eine viel schlimmere Entdeckung gemacht. Es gibt außerhalb des Mac-Bereichs noch andere Softwarehersteller, die viel geilere Software bieten als das Wirecast, was ich benutzt habe und die auch noch im Preis-Leistungs-Verhältnis günstiger sind, weil sie viel mehr Funktionen haben, die auch noch leistungsfähiger und schneller sind und die nicht regelmäßig abstürzen. Und dann habe ich mir gedacht, wow, das funktioniert viel besser und dann habe ich halt mein ganzes Equipment über den Haufen geschmissen und bin zum PC gewechselt. Und ja, ist Windows, ist kein Linux irgendwas, also das ist immer noch kommerzieller Kram, aber trotzdem, der Wechsel war da, andere Software, andere Systeme. Und was ich festgestellt habe, ich habe früher so als Lone Runner irgendwie meine Livestreams gemacht, das heißt, ich habe drei Kameras dabei gehabt, habe so zwei fixe Kamerapositionen gehabt, eine Kamera habe ich gesteuert und mit der Fernbedienung habe ich dann hier irgendwie rumgehämmert, um so ein Bild in Bild einzublenden oder irgendwie einen Wechsel zu machen. Das ist jetzt ein Bild vom Rollstuhlbasketball, das habe ich letztes Jahr in Wiesbaden ehrenamtlich gemacht, Rollstuhlbasketball gestreamt in der Bundesliga und du kannst nicht, wenn die da hin und her flitzen, das geht einfach nicht. Also dann kannst du die Kamera, aber dann kannst du nicht mehr die Kamera wechseln und irgendwas und dann wirst du einfach bekloppt, also du brauchst ein Team. Ich habe Leute gefunden, die beiden Babsäcke da vorne, das sind der Martin und der Sebastian, die sind super Moderatoren gewesen für das Team, einfach um da was aufzulockern. So ein Sportstream macht viel mehr her, wenn man nur mehr hört als die Schiri-Pfeife. Ich wollte nicht sagen, dass die Pfeifen sind, aber rechts daneben ist Yvonne, super Kamerafrau, mit der habe ich auch schon ein paar Mal zusammengearbeitet, ganz tolle Sache. Ich habe also in den letzten zwei Jahren ganz viele nette Menschen kennengelernt, neben Yvonne auch noch und arbeite mit denen zusammen. Ich habe also da so mein ganzes Zeug ein bisschen ausgebaut. Was ich mich richtig gut entschieden habe, war, dass ich bei einem Frankfurter Cloud-Anbieter, ich erwähne die jetzt, das ist jetzt keine direkte Werbung, ihr rennt da jetzt auch nicht denen die Bude ein, aber die Firma Cloud Clire haben ein schönes Angebot gemacht für einen Server, der mit drei Gigabit angebunden war und da gehen so 1500 Zuschauer drauf und es reicht. Das reicht nicht für die Republika natürlich, das reicht auch nicht für einen Kongress wahrscheinlich, aber es reicht für 99% aller Events, die man irgendwie abhakt, wo irgendwo zwischen 40 und 150 bis 500 Leute vielleicht irgendwo drauf sind. Fürs Rollstuhlbasketball waren wir über 500 teilweise, also es war schon mal richtig cool. Ja, logisch, Rollstuhlbasketball ist eine Randsportart, aber ich meine Lacrosse ist auch eine Randsportart und beim Lacrosse beim Livestream waren 750 Leute im Livestream bei den deutschen Meisterschaften. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass es in Deutschland 700 Leute gibt, die Lacrosse kennen. Aber das war eine super Entscheidung, auch jetzt, dass so diese ganzen Hersteller, Hersteller sage ich schon, Facebook ist kein Hersteller, Facebook, Periscope, YouTube, dass die halt so APIs anbieten für Livestreaming und dass man da direkt sagen kann, ich streame nur auf den Server und restreame das zu anderen Gelegenheiten, das war auch eine tolle Sache. Was auch wunderbar war, mein Gadget-Labor ist weiter in Betrieb geblieben, ich habe noch eine viel buntere und blinkendere Fernbedienung mir zusammen zugeschustert und ja, das war eigentlich alles ganz cool. In den letzten zwei Jahren habe ich nicht nur Sachen gelernt, sondern auch tückende Streamings kennengelernt. Ganz wichtig, wir haben hier im Raum, haben wir eigentlich so ganz, ganz ordentliches Licht. Licht ist nämlich sehr wichtig, wenn man ein Bild einfangen will auf so einem Sensor, braucht man Licht. Wir sehen hier drei schwarz gekleidene Menschen, die ein schwarzes Produkt vor einer schwarzen Wand vorstellen wollten für eine Pressekonferenz. Das war halt so, dass ich dann da stand und meinte und Licht nachher, ja wir haben hier die zwei Standlampen, das waren mit so Stoffschirmen, so Lampen, 40 Watt Glühbirnen in der Ecke, das sollte so ein bisschen schummrig sein für die Pressekonferenz, das war ein cooles Hotel, das war eine coole Location, ich habe dann irgendwelche Funzeln aus dem Auto geholt, um ein bisschen was auszuleuchten. Das war so die katastrophalste Situation, aber grundsätzlich hast du einfach, du hast nie genug Licht. Das ist eigentlich immer der Fall, hier ist eigentlich auch nicht genug Licht, um ordentlich zu filmen. Ganz wichtig ist Sound. Sound ist, man hat ein Mikro an der Kamera, aber man möchte hier dieses Headset aufnehmen, man möchte das auch nur haben, man möchte euer Lachen im Hintergrund hören, aber man möchte natürlich einen richtigen, ordentlichen Sound haben, also muss man in das Mischpult ran und muss den Ton abgreifen. Wenn man an die Uni nach Frankfurt kommt und man kommt nach 16 Uhr an, die Veranstaltung beginnt ja erst um 20 Uhr, dann stellt man fest, dass der technische Dienst leider den Pressesplitter für den Ton nicht rausgestellt hat, aber die haben halt 16 Uhr auch Feierabend gemacht. Dann muss man halt das Mikrofon auspacken und so filmen. Deswegen Sound vorher abklären, ganz wichtig, das war ein wichtiges Learning für mich und eine ganz böse Tücke. Netz ist auch extrem wichtig. Unglaublich viele Veranstaltungsorte in Deutschland haben einfach keinen Internetanschluss. Wir reden hier nicht von Breitband, wir reden hier überhaupt von Internet. Also die Leute haben einfach irgendwelche Veranstaltungsorte. Da sitzen dann Menschen, haben einen O2-UMTS-Stick, mit dem sie ihre Mails checken, aber so grundsätzlich nö. Da musst du halt Internet selber mitbringen, das kannst du mit LTE probieren. Wenn auf einer Veranstaltung wie hier wird es dann eng, weil irgendwie alle möglichen Leute natürlich irgendwo unterwegs sind und ihre Handys ausgepackt haben und der LTE-Mast einfach voll ist. Irgendwer hat wahrscheinlich auch irgendwas an dem LTE-Mast gehackt und dann ist es sowieso Feierabend. Auf jeden Fall, das waren Tücken, Lernsachen. Ich hätte noch anzubieten, dass ihr heute Abend wiederkommt. 20 Uhr steht da, das ist falsch. 20.30 Uhr fangen wir an. Retro Blar, das ist der Sven. Die Isa sitzt nur als Svens Begleitung da. Die Kiefer kommt dann stattdessen noch. Und ich und wir setzen uns da hin und machen ein bisschen C64 Atari ST-Spielen und werden dazu was erzählen. Das Thema ist Hacker Games, so hier für den Abend und für das Event ausgewählt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Der Punkt ist, ich wäre grundsätzlich eigentlich fertig. Das ging jetzt ratzfatz durch. Ich wollte eigentlich sagen, also Partizipation ist immer noch für mich das Stichwort. Ich finde es großartig. Es müsste eigentlich alle Veranstaltungen, wo irgendwie Vorträge sind, geben, dass die einen Livestream haben. Es müsste eigentlich so sein, dass das verteilt wird, dass es irgendwo danach die Videos gibt, dass Leute das im Nachhinein auch angucken können, wenn sie keine Zeit hatten. Und deswegen, also ich werde, ich habe nicht die Zeit, mich unbedingt im Stream-Team des CCC zu engagieren, aber ich stehe gerne zur Verfügung für Fragen oder ähnliches. Wenn ihr jetzt hier Fragen habt, gerne. Wenn ihr irgendwie spezifische Fragen zu Livestreaming habt und erinnert euch, da war doch dieser Typ. Dann schreibt mir einfach irgendwie von mir aus auf Twitter eine E-Mail oder sonst was und ich bin gerne bereit, einfach mal Rede und Antwort zu stehen und behilflich zu sein, dass ihr irgendwo live gehen könnt. Ja, das würde mich freuen. Das war es eigentlich schon. Vielen Dank. Sind denn jetzt Fragen da? Fragen, okay. Dann fange ich da hinten an. Okay, ah, das Ding mit Piz, Mitz, Sendelizenz und Gedöns. Nein, 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 nein. Es ist ganz, ganz, ganz grauenhaft. Also erstmal, was total der Hammer ist, das sind Regelungen in diesem Rundfunkstaatsvertrag, die stehen da seit ewigen Zeiten drin. Die hat kein Mensch jemals angewendet in den letzten Jahren. Die haben keinen interessiert. Grundsätzlich ist da immer irgendwo eine redaktionelle und journalistische Arbeit mit einbezogen. Grundsätzlich geht es eigentlich darum, dass das regelmäßige Sachen sind und grundsätzlich steht da auch irgendwo was drin, dass man das so interpretieren kann, dass das eigentlich ein 24-7-Programm ist. Also wenn du mal mit Twitch live gehst und irgendwo deinen Gaming-Stream machst, selbst wenn versehentlich 501 Leute draufkommen, ist das kein Problem. Diese 500 Leute beziehen sich nämlich, jetzt kommt es nicht darauf, dass 500 Leute zugucken, sondern darauf, dass du eine Infrastruktur verwendest, über die du 500 Leute erreichen kannst. Wenn ich jetzt über meinen Streaming-Server sende, könnte mir jemand sagen, wenn ich jetzt 24-7 ein redaktionell aufbereitetes Angebot in irgendeiner Form hätte, dann könnte mir schon jemand sagen, das wäre eigentlich ein Rundfunk. Ich meine, das ist totaler Quatsch, aber es ist halt einfach der Punkt. Nur deswegen auch, wenn du 15 Zuschauer auf Twitch hast, du kannst auf Twitch ja theoretisch Hunderttausende erreichen. Also wenn du 24-7 auf Twitch mit 15 Zuschauern sendest, könnte die Landesmedienanstalt sagen, ja, es ist ja schön und gut, dass du immer nur 15 Leute im Stream hast, aber du könntest Hunderttausende erreichen, deswegen brauchst du eine Rundfunklizenz. Dazu gibt es halt auch nur zu sagen, ich wäre damit voll zufrieden, eine Rundfunklizenz würde ich auch sofort beantragen für mein Unternehmen, dass ich meinen Kunden sagen kann, ich habe eine Rundfunklizenz und wir kommen gar nicht in so Schwierigkeiten. Der Punkt ist nur, es gibt ja überhaupt keine Regelungen für eine Rundfunklizenz. Also es gibt schon Regelungen, aber es gibt ja überhaupt keinen Ansprechpartner bei der Landesmedienanstalt, die sagen kann, guten Tag, ich hätte gerne eine Rundfunklizenz. Dann sagen sie, hier ist das Formular, da unterschreiben sie und dann sagen sie, 599 Euro für ihren Dings und dann haben sie eine Rundfunklizenz. Da steht bei golem.de und bei allen, ich weiß nicht, wer von wem das abgeschrieben hat, diese Zahlen, aber da stand halt in den Artikeln immer, eine Rundfunklizenz kostet zwischen 2.000 und 12.000 Euro. Was ist denn das für eine Aussage? Also ich meine, ich kann auch nicht, also entweder kostet eine Rundfunklizenz 5.000 Euro oder die kostet 500 Euro, aber die kostet nicht zwischen 2.000 und 12.000, ohne jegliche Regulierung, was damit gemeint ist. Und das ist halt einfach ziemlich furchtbar. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, nein, wenn du irgendwie mal 500 Zuschauer hast, wenn du irgendwas Kleines machst, brauchst du keine Angst haben. Dieser Peetzmeets-Kanal, der da irgendwie letztens angeschrieben wurde und der da jetzt eben eine Rundfunklizenz wahrscheinlich einfach beantragen wird, die haben halt nun mal das Geld jetzt inzwischen mit ihrem Programm, die haben eben wirklich ein Rund-um-die-Uhr-Programm. Die haben halt ein Dauerprogramm und deswegen, da war es gerechtfertigt. Ich glaube, da war eine Frage dazwischen noch. Du warst noch. Wow, ein Mikrofon, wie abgefahren. Ist ja der Knaller hier noch mit Mikrofon. Genau, also noch kurz als Anmerkung dazu sozusagen. Heiser hatte das vorher auch schon durchgespielt. Da kann man, die haben da einen Artikel drüber geschrieben, was alles nötig war, um diese Rundfunklizenz zu bekommen. Das ist auf jeden Fall ganz interessant, also falls es wen interessiert. Also, wenn ihr euch erinnert irgendwie an das Haus, was Verrückte macht bei Asterix, irgendwo, wo man diese Formulare hin und her tragen muss. Ich glaube, so ähnlich wird das ablaufen, wenn man tatsächlich, also wenn man unangemeldet, wenn nicht die Landesmedienanstalt einen selber anschreibt, du musst jetzt eine Rundfunklizenz beantragen, sondern wenn ich sage, mein Name ist Sebastian Greiner, ich bin Einzelunternehmer mit Livestream Watch, ich möchte gerne eine Rundfunklizenz kaufen, dann werde ich wahrscheinlich echt irgendwie einen Marsch durch die Institutionen machen und am Ende trotzdem keine Lizenz haben. Hallo, Lore. Okay, da hinten. Das war eine eigentliche Frage. Achso, eine Frage. Genau, die Frage, wie viel hast du zu tun? Also, wie ausgebucht bist du? Ist die Nachfrage schon sehr stark da? Oder ist es eher ein Kampf, Leute dazu zu bringen, dass sie mal Livestream wollen? Also erstmal, hier will ich keinen dazu bringen, mich zu buchen. Das ist Quatsch. Nicht hier. Aber prinzipiell, ja. Ich freue mich über jeden Auftrag. Es ist nicht so, dass mir die Leute die Bude einrennen, aber ich bin bei Google ganz gut gelistet mit meiner Webseite und hätte nicht gedacht, dass es echt so funktioniert, dass Leute irgendwie eintippen bei Google, Livestream Produktion, drücken auf den ersten Link, rufen mich an und buchen mich. Machen die aber. Und es funktioniert tatsächlich. Also das ist schon ganz okay. Ich mache zusätzlich, habe ich mich halt noch ein bisschen weiterentwickelt. Ich habe mit Hive Streaming eine Software gefunden, die im Intranet per Peer-to-Peer Livestreams verteilt. Wenn man sich also anguckt, ein großes Unternehmen hat irgendwie mehrere Standorte, also mehrere hundert bis tausend Leute an diesem Standort, die gehen über eine Internetleitung raus, mit 100 Mbit von mir aus auch, aber wenn ich 3000 Leute in dem Gebäude sitzen habe mit 100 Mbit, und die wollen alle in Livestream gucken und wollen alle in die Cloud, dann habe ich ein Problem. Und da aber viele Leute so Livestreaming machen wollen, sind die eben dran, sowas zu suchen. Und ich habe zwei Kunden jetzt momentan, bei denen das eben der Fall ist, dass ich dort als IT-Projekt praktisch denen helfe, die Sache zu implementieren. Also dann bin ich also auch noch ein bisschen zweigleisig. Ich könnte durchaus mehr Livestreams machen, aber ich bin zufrieden. Also das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich bin zufrieden mit dem, was letztes Jahr reingekommen ist. Ich bin zufrieden mit den Aufträgen, die jetzt dieses Jahr kommen. Ich mache zum Beispiel für einen Verlag in Frankfurt regelmäßig jetzt Videotutorials. Das ist kein Livestream, aber die Technik ist das gleiche im Endeffekt. Wir haben ein Greenscreen, wir haben ein Kia in der Software, also dass man den Typen vor eine PowerPoint setzen kann oder vor seinen Rechner setzen kann und einen lustigen Hintergrund einblendet. Und da wird halt eben einfach das Ganze aufgenommen, im Nachhinein ein bisschen beschnitten. Und dann hat man ein fertiges Tutorial, was dann in zwei Tagen irgendwie ein komplettes sechs-, siebenstündiges Tutorial geschnitten werden kann, wo du wahrscheinlich, wenn du jetzt hingehen würdest, zwei Kameras vom grünen Hintergrund aufnehmen würdest, seine PowerPoint-Präsentation aufnehmen würdest und seinen am Rechner machen, alles parallel. Dann hast du vier Aufnahmen, die musst du miteinander synken, die musst du danach kleinschneiden. Da hast du auf jeden Fall mehr zu tun. Und da habe ich ein super Setup dafür. Und deswegen, das ist auch noch so ein anderes Ding, was ich jetzt dann momentan mache. Ich mache auch noch natürlich noch ein paar Sachen ehrenamtlich. Sowas geht auch nur, wenn du noch ein bisschen Zeit hast. Klar, es kann mehr werden. Das sage ich nicht nein. Du hattest noch eine Frage. Ich hatte keine Frage. Ich hatte eine Anmerkung nochmal zur Rundfunklizenz. Ja, okay. Ich weiß nicht, wer hier, der ein oder andere hier im Raum kennt, noch vielleicht die beiden Wolfgangs vom Computer Club damals, WDR Computer Club. Die haben ja danach, nachdem sie da irgendwie, glaube ich, rausgeflogen sind, ihren Podcast gemacht, den CC2 oder irgend so was hieß der, glaube ich. Die wurden ja in Rente geschickt irgendwann. Und jedenfalls, als das mit der Rundfunklizenz kam, sind die natürlich auch aufgeschreckt worden. Und da hat der eine von den beiden Wolfgangs wohl einen Brief an seine Rundfunkanstalt geschrieben und hat gesagt, ich möchte gern, weil es und so weiter. Und er hat wirklich einen Brief damals, das war eben kurz nach Einführung, zurückgekriegt, nee, du brauchst keine. Dann würde ich mir gut aufheben, den Brief. Wobei, ja. Ja, habt ihr noch Fragen? Sieht nicht so aus. Wie gesagt, Kontaktdaten sind da. Ihr könnt euch gerne melden. Okay, danke schön.